Mundo Deportivo Punkt, 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 Punkt Marker, Bayern fegten Madrid laut Statistik vom Platz mehr Ballbesitz, mehr Schüssel, mehr Ecken Und trotzdem wurden sie im Champions League nach einem Unentschieden eliminiert Punkt, 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 Punkt Erneut Bayern München in einer Partie, in der der Gegner klar überlegen war, doch nicht in der Lage, diese Überlegenheit umzuwandeln Punkt, 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 Punkt Frankreich, L'Equipe, Real kann über Wasser laufen Madrid wird das dritte Champions League Finale in Folge bestreiten, aber es ist fast ein Wunder Punkt, 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 Punkt Nach seinem glücklichen Sieg in München im Hinspiel, 2 zu 1, musste der Verein auch im Rückspiel sehr leiden Punkt, 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 Punkt Sven Ulreich begeht einen unglaublichen Fehler Das Gerücht, dass er als dritter Torhüter Deutschlands zur WM fährt, wurde heute Abend niedergeschlagen Punkt, 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 Punkt Von Karim Wenzimmer reichen geradeaus, um den deutschen Meister Bayern in einer verrückten Nacht im Werner Boy zu besiegen Punkt, 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 Punkt Es ist jedoch klar, dass Zinedine Zidanes Team nicht die unaufhaltsame Kraft ist, die sie einst waren Punkt, 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 Punkt Punkt, 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 Punkt Punkt, Punkt, Punkt. Für die Bayern waren letztlich 40 Schüsse über zwei Hälften weniger entscheidend als drei Geschenke, eines größer als das andere. Punkt, 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 Punkt. Video, Heinkes Stolz trotz CL aus Bayern so gut wie seit Jahren nicht mehr Deutschland FAZ die Bestia Negra lebe noch, hatte Giovane Elba kurz vor der Reise nach Madrid behauptet. Punkt, 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 Punkt. Und tatsächlich die in Spanien lang gefürchtete, schwarze Bestie aus Bayern, jener Angstgegner, der Real in neun Europa-Pokal-Duellen bis 2012 fünfmal eliminiert hatte, hat am Dienstag im Bernaboy-Stadion wieder seine Zähne gezeigt. Punkt, 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 Punkt. Ein fataler Fehler von Torhüter Sven Ulreich hat die Hoffnungen des FC Bayern auf ein zweites Trippel unter Jupp Heinkels brutal zerstört. Punkt, 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 Punkt. Damit bleibt den Bayern am 26. Punkt, 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 Punkt. Wenn die Königlichen um den erneut enttäuschenden Cristiano Ronaldo in der Ukraine gegen den FC Liverpool oder As-Rom zum dritten Mal hintereinander nach dem Henkel-Pott greifen. Punkt, 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 Punkt. Fokus, Fußball, Drama in Madrid, Bayern trotz Überlegenheit raus. Die Münchner sind auch im Rückspiel gegen Real Madrid die deutlich bessere Mannschaft. Punkt, 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 Punkt. Ist das bitter? Video hat ein Real am Abgrund, Rummenigge verneigt sich vor heroischem Bayern-Kampf.